Zwergspitz, Pomeranian, der entzückende kleine Wirbelwind, alles, was Sie über diese beliebte Hunderasse wissen müssen. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal. Heute dreht sich alles um den Zwergspitz, auch bekannt als Pomeranian. Diese Hunderasse begeistert mit ihrem entzückenden Aussehen und ihrem lebhaften Charakter. Begleiten Sie uns auf dieser spannenden Entdeckungsreise, während wir Ihnen alles Wissenswerte über den Zwergspitz von seiner Geschichte und seinen charakteristischen Merkmalen bis hin zur Pflege, Erziehung und Gesundheit vorstellen. Der Zwergspitz, ein kleiner Hund mit einer großen Persönlichkeit, erfreut sich aufgrund seines charmanten Aussehens und seiner lebhaften Art großer Beliebtheit. In diesem Video werden wir über die Herkunft und Geschichte des Zwergspitzes sprechen, seine charakteristischen Merkmale näher betrachten und Ihnen praktische Tipps zur Pflege, Erziehung und Gesundheit dieser bezaubernden Rasse geben. Herkunft und Geschichte, der Zwergspitz hat seinen Ursprung in der Region Pommern in Europa und wurde ursprünglich als Begleithund gezüchtet. Im Laufe der Zeit gewann er immer mehr an Beliebtheit und wurde zu einem beliebten Begleiter der Adligen und später auch des Bürgertums. Heute ist der Zwergspitz eine der beliebtesten Hunderassen weltweit. Eigenschaften und Temperament, der Zwergspitz ist ein kleiner Hund mit einer großen Persönlichkeit. Er ist verspielt, intelligent und voller Energie. Trotz seiner geringen Größe zeigt der Zwergspitz oft einen selbstbewussten und mutigen Charakter. Er ist auch bekannt für seine Anhänglichkeit und seine Liebe zu seinen Besitzern. Obwohl er klein ist, hat er einen starken Wachtrieb und bellt gerne, um seine Familie zu beschützen. Pflege und Erziehung, die Pflege des Zwergspitzes erfordert regelmäßiges Bürsten, da er ein langes, dichtes Fell hat. Sie sollten auch auf die Zahngesundheit achten und regelmäßig die Krallen kürzen. In Bezug auf die Erziehung sind Zwergspitze intelligente Hunde, die gerne lernen. Eine positive Bestärkung und eine konsequente, aber liebevolle Herangehensweise sind wichtig, um sie zu erziehen und ihr lebhaftes Temperament in die richtigen Bahnen zu lenken. Gesundheit und mögliche Probleme, Zwergspitze sind im Allgemeinen gesunde Hunde, aber wie bei jeder Rasse können auch sie an bestimmten gesundheitlichen Problemen leiden. Dazu gehören beispielsweise Patellaluxation, Zahnprobleme und Herzkrankheiten. Regelmäßige tierärztliche Untersuchungen, eine ausgewogene Ernährung und angemessene Bewegung sind wichtig, um ihre Gesundheit zu erhalten. Zusammenfassung, der Zwergspitz ist ein entzückender kleiner Hund mit einer großen Persönlichkeit. Mit der richtigen Pflege, Erziehung und Aufmerksamkeit kann der Zwergspitz zu einem treuen Begleiter werden, der Ihnen viel Freude bereitet. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mehr über den Zwergspitz, Pomeranian, zu erfahren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns gerne ein Daumen hoch, abonnieren Sie unseren Kanal für weitere informative Inhalte und teilen Sie dieses Video mit anderen Hundeliebhabern. Bis zum nächsten Mal!